Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Miners Metal in einer Mission, von der ich hoffe, dass die geschmeidiger abläuft als die letzte, weniger vom Schwierigkeitsgrad her als vom spielmechanischen Ablauf, um das mal so auszudrücken, könnt ihr euch gerne anschauen, Playlist ist wie immer hier verknüpft. Ja, wir haben unabsichtlich, Fragezeichen, den Krieg vom Zaum gebrochen, die Aufgabe von Kilian, mit dem wir bisher unterwegs waren, ist erfüllt, jetzt sollen wir zurück zum Hauptquartier. Ach, guck mal, hier gibt es noch mehr neue Geräte, das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Kryostatis, das habe ich gar nicht gesehen. Gegner wird verlangsamt, EMP, EMP minen. Okay, Minen auslegen, die Gegner ausschalten können, also deren Elektronik, aber sie können gefunden und zerstört werden, okay. Now available, mal gucken, ob ich das alles benutzen werde, ich will ja nur nach Hause. Also, starten wir die Mission, auf geht's. John, ich habe nach unserer Bordelung, ich habe nicht zuvor, ich habe einen guten Zeitpunkt, um zu machen. Hey, Rolly, John hat 40 Stunden lang, ich habe ihn verletzt, um ein Räumen zu nehmen. Hey, Jana, ich bin glücklich, dass du es gemacht hast. Ja, er, er, ich arbeite zu hart, manchmal. Don't I know it? Ich sage ihm, er sollte mehr auf mich stellen. Okay, ein Überfall. Ich hätte es auch ruhig ablaufen können. So, zum Hauptquartier. Es muss aber reaktiviert werden. So, wo sind Gegner? Hier sind keine zu sehen. Warte mal, ich brauche hier so ein Überwachungsgedöns hin, oder? Geht wahrscheinlich nicht, ja? Äh, Facilities. Müssen wir alles immer wieder neu machen hier. Surveya Research. Okay, dann bauen wir auch ein Surveya. Surveya Research Project completed on time and budget. So. Asset is ready. Asset is ready. Target Damage, das will ich doch wohl auch hoffen. Noch einmal schießen. Mal gucken, ob das Hauptquartier dann gleich wieder reaktiviert ist. Hier, aus den Bergen. Na, wahrscheinlich habe ich es da erst gesehen. Das wird sein. Provoco. Holds the Redeemer device. Selfish destroy to use to recover some resources. Der Redeemer. Gut, irgendwelche Totems, die es in dem Spiel gibt. Kennt man ja. Man hat irgendwelche Gegenstände, die irgendwelche Dinge behörden. Okay, gut. Okay, keine Hilfe. Das klappt schon irgendwie. Nein, ne. Dreht um. Shit. Die Überwachungsdrohne hätte beinahe besser getroffen als, äh, mein Geschoss. Können wir noch irgendwas sinnvoll erforschen? Also, Mining Plattform. Repair Depot. Okay, warte mal. Die verbessern wir mal sofort. Ohm, es ist blöd, wenn die sich zwischendurch reparieren. So, kann ich nicht bauen, weil... Ach, shit. Ich bräuchte 100. Ich habe das mal nötige Material nicht mehr. Dann fahre ich erst mal ein Stück weg. Das will ich doch hoffen, dass der Enemy damaged wurde. Oh, okay. Oh, okay. Ready to fire. Target damaged. Heading to dock. Ha, ging in back. Ha, 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 ha. Environmental audit on the way. Artillery ready. Asset reports damage. Target hit. Und wie ich dich treffe. So, jetzt bauen wir aber erstmal hier eine Mine auf. Flotti, flotti. So, und dann möchte ich gerne hier so ein Gedönsrad, hier sowas erforschen. Hach. Load resources. Sollen der Zug da steht, belädt er sich. Los, los, los. So, wo lang fährst du? Sehe ich das noch? Bombs. Treffer. Ah, Field Office under attack. Nicht so gut. Asset is taking damage. Field Office here. Ich weiß, ausladen, reparieren und weiteren Programmen. Auf geht's. Ja, I know. Heading to dock. Artillery ready. Jawohl. Einer weniger. Recon orb ready. Ready to fire. Wird schön dastehen. Target damaged. Boah, bewegt er sich nicht? Maschinenschaden? Amp sustaining fire. Cannon online. Enemy damaged. Okay, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen was bauen. Und auch gleichzeitig noch was laden. Okay, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen was bauen. Mining platform online. Mining platform online. Dass das alles automatisch geht. Das habe ich lange gar nicht verstanden. Amp loading completed. Docking request under environmental audit on the way. Oh, der parkt bestimmt immer noch hier, oder? Oh, der parkt bestimmt immer noch hier. Okay, jetzt schreit nach Vernichtung. Target kit. So, bitteschön. Enemy hit. Shit, hätte ich auch nochmal, bevor ich hier, bevor ich hier parke. Amp reports damage. Heading to dock. Enemy damaged. Abladen. Dann baue ich hier mal eine dicke Bertha, wa? Unloading. Docking request understood. Ready to fire. Checking for hostiles. Gleich gibt es sich nicht mehr. So viel steht schon fest. Survived the ambush. Also ich muss den Überfall überleben. Bedeutet unterm Strich wahrscheinlich. Ich muss meine Gegner ausmerzen. Ja, erinnert mich daran, da gibt es ein paar neue Spielzeuge, wenn ich sie haben will. Na, muss ich nicht unbedingt. Ja, hier Geräusch-Signaturen überall. So, Bildordnance-Plattform. Äh, können wir jetzt weiterfahren? Vielleicht hilft's. Vielleicht hilft's. Was jetzt? Prophet Ice Device. Was bringt extra Aufklärung? Wieder so ein Totem-Gedöns. Amp, compartment, destroyed. Cannon online. Asset is taking damage. Ready to fire. Enemy damaged. Asset is ready. Docking request understood. Amp sustaining fire. Ready to fire. Langsam schießt die gar nicht. Funktioniert ganz gut. Behaupte ich jetzt mal. Ja, ich weiß. Da will es unbedingt, dass ich die neuen Spielzeige ausprobiere. Da müsste ich aber extra Compartments. Compartmentsystem. Was haben wir hier für Klädigkeiten? Hier, Smokescreen. Shrouded Shot. Damaging-Brötige Audiosignatur. Kleine Audiosignatur. Ach, wie wir mit dem Schalldämpfer schießen. Der Liobuster. Können wir uns aber auch alles nicht leisten momentan. Heading to dock. Recon orb, ready. Field office under attack. Ready to fire. Amp is receiving. Aiming artillery. Target damaged. Okay. Auf geht's. Bevor er wieder nicht mehr, bevor er außer Reichweite ist hier. Imwegen nicht gegen mobile Ziele geeignet. Environmental Audit on target hit. Ordnance Platform here. Unit ready to fire. Asset is taking damage. Amp here. Ready to fire. Enemy damaged. So, Enemy Damage. Okay. Material reicht nicht. Ordnance Platform. Aiming the big gun. So, was werde ich demnächst früher bauen. So, und einmal vollladen. Dann bringe ich dich auch nochmal zurück. Asset report damage. Mining platform built. Äh, zu langsam. Ach shit, ich kann nichts mitnehmen, weil, äh, Waggon zerstört, oder? Ach, hier ist der Zug. Hä? Ach so. Völlig durcheinander. Aber hier steht schon was, oder? Da sollte ein Zweiher stehen. Tut auch. Das wird nur teilweise nicht mehr richtig angezeigt. Woran auch immer das liegt. Jetzt schießen wir einfach mal irgendwo hin. Hätte auch treffen können. Es gibt neue Spielzeuge. Was gibt's denn für neue Spielzeuge? AMP Upgrades. Bessere Maschinen. Besserer Recon Orb. Ich mach mal einen besseren Recon Orb. Dann ist schon wieder Schluss mit dem Budget. Okay. Wo ist denn Maria? Das ist doch hier ein Aufklärer. Warum kletten der nix auf hier? Na gut, wahrscheinlich sind die Gegner. Äh. Ambush überleben. Habe ich wohl erledigt. Jetzt ist es Continuous Surviving. Weiter überleben. Weiter überleben. Okay. So, wir können doch hier auch Facility Upgrades machen. So, hier. Ist schon researched. Ja gut, eigentlich haben wir von dem Material genug Fähigkeiten. Temperaturstationen, da brauchen wir eigentlich alles nicht. Maximale Reichweite. Nö, ist eigentlich auch okay. Bessere Schildgeneratoren. Ja. Nö, eigentlich glaube ich, habe ich alles, was ich brauche für die Spielrunde. Wenn ich ehrlich bin. Kein Gegner hier. Stehen die irgendwo rum und bewegen sich nicht? So wie in der letzten Runde. Oder wie vorhin ja auch. Also nicht, dass ich da was dagegen hätte. Ganz und gar nicht. Könnte mich auch gerne ganz in Ruhe lassen. So, da. Das ist dumm von dir, wenn du da stehen bleibst. Okay, das zieht ganz schön zur Seite hier. Ja, aber nicht mal lange, oder? Field Office. So, woran bekomme ich hier? Genau, Zug. Meine Zugfunktion. Die Überwachungszeit reicht, um mit allem zweimal zu schießen. Das ist ganz ordentlich. Man muss sich aber auch ein bisschen ranhalten. Obwohl ich weiß ja ziemlich genau, wo der Gegner steht. Eigentlich brauche ich gar keine Aufklärung mehr zu machen. Nur um zu wissen, ob er sich nicht vielleicht doch wegbewegt hat. Okay, jetzt wischendurch kriegen wir immer mal wieder ein paar Tipps. Was nicht verkehrt ist. Muss aber auch nicht. Na komm, wo sind meine Fähigkeiten? Ja, top. So, du auch bitte. Ein Enemy Damaged? Ich kann auch nichts sinnvoll mehr bauen, ne? Jetzt heißt es wirklich. Feuern. Unloading complete. Habe ich verstanden. Was für ein Task removed? Er ist nicht ganz repariert. Gut, ist egal jetzt. Nichts getroffen? Kann doch wohl nicht sein. Amp ist receivend. Tonnen online. Ordnungsplattform reporting. Ready to fire. Schauen wir mal, ob ich irgendwas treffe. Ja, wieder mal ganz ordentlich. Nun, bleibt ihr jetzt wieder da stehen? Ja, Boss. Docking request understood. Das bekommen wir schon hin. Manchmal ist der aber auch cool. Achso. Abhängig davon, ich muss weiter weg sein. Um dieses Gebiet hier. Weil es wird ja alles in einem ballistischen Winkel geschossen. Ich verstehe. Okay, jetzt ist es wirklich nur noch... nur noch... Gegnerblätten. Da unten habe ich mal eine Überwachungsplattform. Ich könnte natürlich mit mehreren Zügen arbeiten. Das ist ja auch möglich. Target hit und zwar ordentlich. Boah, ist nicht getroffen. Ja, Boss. Artillery ready. Asset reports damage. Ah, ein Treffer noch. Oder ist tot. Standing by to survey. Fährt echt noch durch die Gegend. Aber nicht mein Lange. Vorsichtshaber noch einen. Nur zur Vorsicht. So, Spielzeuge soll ich bauen. Lass mal gucken. Ob wir hier irgendein Spielzeug finden. Ich möchte gern noch ein Compartment. Mal gucken, was ich da reinbauen kann. Hauptsache, mir werden nicht die Schilde unterm Popo weggeschossen in der Zwischenzeit. Ja, bis jetzt überschaubare, handelbare Szenarien. Ich habe jetzt auch nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad gelegt. Man kann sich das noch so ein bisschen anpassen. So, und was können wir da jetzt reinbauen? Achso, das ist das, was schon auf Automatik läuft. So was jetzt. Toggle Add Ability. Gut, da müsste ich welche erforschen erst mal. Was haben wir denn hier? Smokescreen. Okay, wir haben sie erledigt. So, ich hoffe, wie beim letzten Mal in der Szene, das nur nachgeladen wird. Aber das ist schon ein bisschen nervig, dass es da festhängt. Ich werde bald da sein. Wo muss ich hin? Oder ist die Mission jetzt erst mal zu Ende? Kommt, gibt's zu. Ihr wollt mich nur auf die Wolter spannen. Alles klar. Also, ich bin ein paar Minuten weg. Was ist das Sitz-Ref? Mann, ich bin glücklich, du bist zurück, Cuss. Wir haben ein paar Zeit, jetzt. Ich habe das ganze Zeit zurückgezogen. Ich habe das personelle zurückgezogen, wie ich kann. Aber wir haben in den Boxen. Unsere facilitiesen sind vollen von unseren personell. Wir müssen sie schützen. Wir werden sie zurückgezogen. Nichts worry. Wir haben ein paar neue Dinge gebrochen, die helfen dir. Vielen Dank, Hoyt. Wir werden sie zurückgezogen. Wir werden sie zurückgezogen, und dann schießen sie alle über die Okay, wir haben wohl neue mächtige Freunde. Davon erzählt er uns aber erst was, wenn wir von unserer Türschwelle die Gefahr entfernt haben. Und unser farbiger Q hier hat wieder neue Dinge gebaut. Was gibt's? Appliance Sciences. Fortgeschrittene Forschungsausrüstung. Da werden dann neue Forschungsoptionen freigeschaltet. Jetzt muss man auch schon gucken, wenn es noch immer mehr Gebäude werden, was baut man denn, wenn man nur so zwei, drei Punkte hat, wo man überhaupt was bauen kann. Das unterscheidet es dann schon von einem anderen Echtzeitstrategiespiel, weil ich keine freie Baufläche habe. Und im Grunde nur mein Hauptquartier, wenn ich sonst nichts baue. Sabotage. Die Exactera, also der Gegner kann nicht mehr so gut zielen. Wird auf ein Gebäudeschild installiert. Gebäude muss Schild haben. Okay, funktioniert dann wie ein Recon Orb, wenn man drauf schießt. Interessant. Ob ich jemals dazu komme, hier alles mal auszuprobieren, weiß ich nicht. Vielleicht mal, wenn es das gibt, auf einer großen Karte im Horde-Modus. Ja, schauen wir mal. So, was? Klieren Facilities, also Gebäude, beschützen. Und die Gegner besiegen und zurückschlagen. Oh, jetzt heißt das schon, Invasionsstreit macht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Na gut, werden wir sehen, ob das dann wirklich eine Invasionsstreitmacht ist. Und sehen werden wir das in der nächsten Folge. Bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.